Viele meiner Klientinnen kommen zu mir zu einem Zeitpunkt, wo sie merken, dass die Herausforderungen beruflich wie privat einfach zu groß werden und sie drohen, den Überblick zu verlieren. Ich glaube, weil das Thema mentale Gesundheit vielfach mit Charme belegt ist und es einigen Menschen schwerfällt, sich einzugestehen, dass sie überfordert sind. Eine Beratung sieht so aus, dass wir unsere Klienten erstmal ermächtigen wollen, ihre Situation oder ihr Anliegen so anzunehmen, wie es ist und dann gemeinsam zu gucken, welche Strategien oder Lösungsmöglichkeiten es geben könnte, um wieder in eine gute Handlungsfähigkeit zu kommen. Es gibt ganz unterschiedliche Arten und Tools der Beratung. Ich persönlich arbeite sehr gerne mit kreativen oder auch künstlerischen Interventionen, weil die Klientinnen in einem geschützten Raum Erfahrungen machen können, die sie hinterher für ihr Anliegen gut nutzen können. Die schönsten Momente sind eigentlich, wenn wir merken, wie unsere Klientinnen tatsächlich eine Entscheidung für sich selbst und ihre eigene Gesundheit treffen, was viele einfach im Laufe ihres Lebens verlernt haben. Wir selbst sind unser wichtigstes Werkzeug und deswegen würde ich mir wünschen, dass sich viel mehr Menschen präventiv und frühzeitig um sich selbst und ihre mentale Gesundheit kümmern. Ich bin Julia und systemische Beraterin und Mental Health Coach am Fürstenberg-Institut. Ich bin Julia und systemische Beraterin und Mental Health Coach am Fürstenberg-Institut.